Am zweiten Spieltag der zweiten Liga trifft der FC Erzgebirge Aue auf den 1. FC Magdeburg. Wo ihr das Ostderby im TV- und Livestream sowie im Live-Dicker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier. Beide Mannschaften sind mit einer Niederlage in die neue zweite Liga-Saison bestartet. Entsprechend gilt es jetzt einen kompletten Fehlstart mit einem Sieg abzuwenden, 2. Liga heute live wann und wo findet Aue gegen Magdeburg statt? Die Partie findet im Erzgebirgestadion statt, welches rund 16.500 Zuschauern Platz bietet. Anpfiff ist heute um 15.30 Uhr. Erzgebirge Aue gegen Magdeburg heute live im TV- und Livestream sehen da Bezahlsender Sky zeigt das Spiel live und exklusiv. Die Übertragung beginnt dabei bereits um 15.20 Uhr und ist entweder im Pay-TV oder aber über Sky Go im Livestream zu sehen. Folgendermaßen begleitet Sky die Partie. Moderator, Hartmut von Kameke, Kommentator, Carsten Pietatschika Eine Zusammenfassung mit den Highlights ist ab 19.30 Uhr auf Sport 1 oder aber schon 40 Minuten nach Abpfiff auf der ZN zu sehen. Erzgebirge Aue 1. FC Magdeburg, die 2. Bundesliga im Live-DK wie jedes Spiel aus der 2. Liga begleitet Spocks auch das Duell zwischen Aue und Magdeburg in seinem Live-DK. Wer von dem Ost-Derby also nichts verpassen will, klickt hier. 2. Bundesliga Die Ergebnisse des ersten Spieltags Datum Paarung Ergebnis Freitag 20.30 Uhr HSV, Kiel 0 zu 3 Samstag, 13 Uhr Bochum, Köln 0 zu 2 Samstag, 15.30 Uhr Fürth, Sandhausen 3 zu 1 Samstag, 15.30 Uhr Regensburg, Ingolstadt 2 zu 1 Sonntag, 13.30 Uhr Magdeburg, St. Pauli 1 zu 2 Sonntag, 15.30 Uhr Heidenheim, Bielefeld, 1 zu 1 Sonntag, 15.30 Uhr Union Berlin Aue 1 zu 0 Sonntag, 15.30 Uhr Darmstadt, Paderborn 1 zu 0 Montag, 20.30 Uhr Dynamo Dresden, MSV Duisburg 1 zu 0 Werbung Werbung